Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute mal ein Community-Wunsch. Und zwar wurde sich gewünscht, ich solle mal ein Video darüber machen, wo man am besten Coins kaufen kann, beziehungsweise am günstigsten und vor allem Bitcoin. Da gab es dann schon ein bisschen Diskussion, deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir machen mal ein kleines Review darüber oder schauen uns einfach mal ein paar Anbieter an oder auch Börsen, wo man billig Bitcoin und Coins kaufen kann. Doch bevor wir das machen, lasst gerne ein Video, ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, auch die Glocke und würde mich mal interessieren, wo ihr momentan eure Bitcoin oder eure Kryptos kauft. Auf einer Börse, auf einem externen Anbieter. Schreibt es unten gerne mal in die Kommentare rein, würde ich mich drüber freuen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt durch. Und zwar den ersten Anbieter, den ich für euch oder für uns rausgesucht habe, ist Pocket Bitcoin. Manchen schon einen Begriff, habe ich auch gestern schon in der Gruppe gelesen, auch hier durch einen Blog-Trainer auch schon beworben, sollte er jedem bekannt sein oder 21, Bitcoin-Maxi, sagt man mal ganz ehrlich so. Hat noch keine App, habe ich gestern mal nachgefragt bei den Leuten, ob da schon eine App in Planung ist. Also anscheinend nicht, es gibt einen Zwischenanbieter, würde ich euch aber nicht empfehlen. Also lieber direkt einfach dann über den Desktop, sage ich mal, BTC kaufen. Ihr könnt dann auch hier einen Dauerauftrag und Sonstiges machen. Das ist eigentlich ganz nice hier, also mit Fiat, also ihr habt auch kein Zwischending mehr. Und was mich da vor allen Dingen überzeugt, ist die Konnektivität zwischen Bitbox oder Ledger, was ihr je nachdem verwendet, und eben Pocket Bitcoin. Und zwar könnt ihr, einerseits ihr könnt eine Blue Wallet erstellen, direkt bei dem Anbieter, wo ihr dann die BTC oder Sonstiges halt drauf gespeichert habt. Aber ihr könnt auch euren Ledger oder eure Bitbox damit verknüpfen. Und das ist eigentlich das Nice an dem ganzen Ding, dass sobald ihr darüber kauft, ihr die direkt auf dem Ledger oder auf der Bitbox habt. Ihr könnt natürlich auch direkt, wird euch dann in der App, glaube ich, angeboten, dass die euch, nicht in der App, auf der Website angeboten, dass die euch ein Ledger auch zuschicken. Und so würde ich euch aber auch nicht empfehlen. Dann lieber direkt über den Bitbox-Shop oder über den Ledger-Shop ein Hardware-Wallet besorgen. Die Gebühren sind einigermaßen hoch, sage ich jetzt einfach mal. 1,5 Prozent. Dafür spart ihr euch aber auch teilweise die Transaktions-Fees jetzt zum Beispiel von Börsen oder so. Dazu kommen wir jetzt gleich nochmal. Aber für mich die 1,5 Prozent absolut in Ordnung. Und wenn ihr euch noch ein bisschen mehr darüber informieren wollt, schaut gerne mal bei CryptoGuru vorbei. Den Link werde ich euch unten in die Videobeschreibung noch packen. Und zwar hat der Jonas da einen kompletten Artikel drüber geschrieben. Also wie fangt ihr an? Wie funktioniert das Ganze? Wie verknüpft ihr das? Also wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Schaut euch das gerne an. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung oder halt direkt bei CryptoGuru. Für mich absolut ein Top-Anbieter. Dann gibt es noch Relay. 1 Prozent Gebühren wird hier auch schön vermarktet. Natürlich geringer als bei Pocket Bitcoin. Und ihr habt hier unten auch gleich nochmal so einen Vergleich. Natürlich wird hier nicht Pocket Bitcoin aufgezeigt. Wäre ja auch ein direkter Konkurrent. Aber Bitpanda, Coinbase und sowas sind sowieso die ganzen Börsen, wo ich euch jetzt nicht empfehlen würde, hier zu kaufen, weil einfach die Gebühren zu hoch sind. Zwecksicherheitsaspekt, Coinbase und sowas würde ich einfach nicht empfehlen. Auf jeden Fall auch hier das gleiche Spiel. Ihr könnt euch aber hier nur eine, ich sage jetzt mal, Blue Wallet oder eure eigene Wallet erstellen. Denn das heißt, ihr könnt jetzt keine direkte Verbindung zu Ledger oder Bitbox und sowas verwenden. Aber klar, wenn euch die zwölf Wörter ausreichend sind mit der Sicherheit, dann Relay von den Gebühren auf jeden Fall mit einer der günstigsten Anbieter auf dem Markt. Trotzdem persönliche Meinung, sage ich jetzt einfach mal, lieber die 0,5 Prozent mehr. Und ich habe das Ding direkt auf dem Ledger oder so, muss mir keine Gedanken mehr machen. Oder halt auf der Bitbox. Aber an sich ein seriöser Anbieter und auch hierzu gibt es einen Artikel bei CryptoGuru, Schweizer Startup Relay, will zur Bitcoin-Börse aufsteigen. Also auch hier sind schon die Pläne, dass zukünftig eine Börse angeboten werden soll. Der Artikel ist zwar jetzt schon ein Jahr alt, aber gut, dauert natürlich alles. Aber auf jeden Fall ein seriöses Unternehmen. Link werde ich euch auch unten in die Videobeschreibung einfach mal reinpacken. Ist kein Affiliate-Link oder sonstiges, einfach der Link zu der Website. Und ihr werdet es wahrscheinlich auch hier schon viele Werbepartner, Coiness, BTC, Echo, Bitcoin2Go und so, werdet ihr es wahrscheinlich schon öfters gesehen haben. Nun kommen wir zu den Börsen. Börsen haben einerseits den Sinn, zum Beispiel hier BingX, wo ihr für Nullgebühren Spot kaufen könnt. So, jetzt ist aber das eine Problem. Ihr habt nicht diesen Zwischenstep, wo ihr mit Euro einzahlen könnt. Bei BingX ist das nicht der Fall. Da müsstet ihr so einen Zwischenanbieter wählen, wie MoonPay, Banksa. Und da habt ihr mindestens schon mal 1-2% Gebühren. Nicht wirklich sinnvoll, weil wenn ihr beginnt mal von 100 USDT aus, die ihr kaufen wollt, dann bleiben euch nur noch 98. Gehen wir jetzt aber wieder zurück zu Pocket Bitcoin, würden euch hiervon noch 98,50 bleiben und bei Relay 99 Euro. Und davon direkt in Bitcoin. So, und hier müsstet ihr erst einzahlen. Wenn ihr natürlich hier schon USDT habt oder zum Beispiel andere Coins, die ihr verkauft und dadurch dann Bitcoin kaufen wollt, dann natürlich sowas deutlich, deutlich besser. Weil ihr dann einfach Nullgebühren habt, aber ihr müsst die Transaktionsgebühren noch zahlen. Und das ist bei Bitbox zum Beispiel die BTC-Fee, also die Transaktionsgebühr. Und beim Ledger könnt ihr natürlich teilweise auswählen, wo ihr hinsetzt oder mit welchem Netzwerk. Also das muss natürlich alles mit einkalkuliert werden, trotzdem würde ich persönlich einfach jetzt bei Relay oder Pocket Bitcoin, was das anbelangt, auf jeden Fall bleiben. Dann haben wir noch Maxi 1-1 das gleiche wie Bing X, nur hier ist es immer Aktionsweise. Und das ist so ein bisschen das Gefährliche, wenn ihr jetzt hier Spot kaufen würdet, sonst habt ihr die normalen Maker- oder Taker-Fees. Da würde ich dann sogar ein bisschen Abstand von halten, aber immer noch billiger. Wir hatten ja gerade hier den Vergleich von Relay unten, ein bisschen weiter unten, wo hat man es? Hier mit Coinbase, Binance, Crypto.com und Revolut ist es einfach nochmal ein bisschen billiger als, sage ich jetzt mal, diese Anbieter und die Gebühren sowieso deutlich, deutlich geringer. Aber auch hier, ihr habt die Rift-Raw-Fees, ihr habt teilweise dann die Spot-Kaufees. Also das würde ich jetzt erstmal von der Börse her an zweiter Stelle. Jetzt gehen wir nochmal zurück in die Gruppe und zwar wurde auch hier Kraken erwähnt. Bei Kraken kostet der Kauf 0,26% und die BTC-Transaktion 0,001 BTC, also 0,16 Cent. Das ist wirklich preiswert, hat hier jemand geschrieben und da gebe ich auch absolut recht. Also, und der Vorteil ist, was ihr hier bei Kraken habt, ihr habt gesichert, die haben ihre Zahlen im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Kryptobörsen schon bekannt gegeben. Oder die gehen schon, sage ich mal, diesen offenen Weg seit Jahren. Immer wieder, ja, wie viele Rücklagen sind hier, ist es sicher und so. Da muss man Kraken auf jeden Fall einen Hut vorziehen, weil die das seit Jahren machen. Und nicht erst seit dieser ganzen FTX-Pleite und sonstiges und Beinen und so. Die machen das seit Jahren und das kann ich auch euch einfach nur empfehlen. Und ihr habt die Möglichkeit, eure BTC oder sonstiges dort auch zu verkaufen und in Euro zu switchen und auf euer Bankkonto. Das kommt dann innerhalb, ich glaube sogar einem Tag oder zwei Tagen auf euer Bankkonto. Auch ein Riesenvorteil, wenn man mal, was ich jetzt kein Fan davon bin, Bitcoin verkaufen will oder andere Kryptowährungen. Also da kann ich euch nur vielleicht als Exchange Kraken empfehlen und BingX. Maxi doch ein bisschen zu teuer, aber immer noch billiger. Also ihr müsst jetzt hier nicht die Exchanges hin und her wechseln oder sowas. Aber von den Fees und von den Spotgebühren sind das die zwei billigsten, Kraken und BingX, sage ich jetzt mal. Aber ihr habt es halt trotzdem nicht auf dem Ledger. Ihr könnt aber bei Kraken, wie gesagt, Euro einzahlen und dann dadurch halt wiederum kaufen, eben mit diesen Gebühren. Trotzdem, meiner Meinung nach, für mich ist mein persönlicher Favorit Pocket Bitcoin. Muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Einerseits, weil ihr hier Daueraufträge machen könnt. Ihr könnt das direkt auf eure Bitbox senden. Das heißt, ihr habt nicht nochmal so einen Zwischenschritt und so. Gefällt mir persönlich deutlich, deutlich besser. Ist jetzt mein Favorit. Würde mich mal gerne eure Meinung dazu interessieren. Habt ihr schon mal einen der Anbieter genutzt? Wie macht ihr das einfach momentan? Würdet ihr auch lieber Pocket Bitcoin nehmen? Nehmt ihr lieber Relay wegen den nur 1% Gebühren, die 1,5% Gebühren, kann man schon sagen, ist teilweise, habe ich je nach Betrag. Aber wie gesagt, die Schnittstelle einfach zur Bitbox oder zum Ledger sind gegeben oder halt eure eigene Blue Wallet. Von den Börsen her, wie gesagt, eher Kraken oder BingX wegen den Spotgebühren. Maxi dann doch wieder ein bisschen teurer. Und wir haben ja gesagt, wo kann man billig Bitcoin kaufen? Das sind meines Erachtens die vier Top-Anbieter, wo es einfach ist, wo man aber auch immer im Hinterblick behalten sollte, okay, was mache ich? Muss ich erst noch Euro einzahlen? Muss ich gegebenenfalls wie bei BingX, wo ich keine SEPA-Einzahlung habe, einen Zwischenanbieter wie Bankser nehmen, wo schon mal Gebühren anfallen? Kann ich wie bei Kraken direkt Euro einzahlen und die dann in BTC switchen? Oder mache ich mir einfach ganz gechillt einen Dauerauftrag wie bei PocketBitcoin oder bei Relay? Kauf da mit 1% oder mit 1,5%. Das ist euch überlassen. Mein Favorit momentan zumindest. Vielleicht entdecke ich nochmal einen anderen Anbieter, könnt ihr auch gerne unten reinschreiben. Momentan zumindest PocketBitcoin. Das war es von mir. Ich hoffe, euch hat das Video einigermaßen gut gefallen. War mal was anderes. Aber wie gesagt, ich möchte auch auf eure Wünsche in der Community eingehen. Deswegen ist mir auch die Gruppe so wichtig. Wer noch nicht drin ist, gerne reinkommen. Link unten in der Videobeschreibung. Das war es von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Like da lassen, Abo da lassen, Kommentar. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao und stay crypto.